Scheiße, das ist aber gemein. Das ist echt gemein. Aber warum Rosa, wenn es ein Sohn ist, ergibt sich jetzt die Frage. Das ist das Wichtigste jetzt an dem Spiel. Nein, war ein Scherz. Oh Gott. Was ist hier denn los? Weitere. Oh, kommt der jetzt hierher? Weiß ich nicht. Das gefällt mir auch, muss ich sagen. Es kommt gar nicht was. Diese Musik, ich hasse diese Musik. Das war ja süß. Das sah echt aus. Das sah aus wie hier von Maudado die Schneckchen. Maudado die Schneckchen. Jetzt sind wir in den Fängen dieses komischen umgenösen Typen. Oh Gott, hier geht es weiter. Ne, hier. Das ist doch unter der Treppe. Sollen wir mal hochgehen? Wie hier Slender, ne? Ja, so ein bisschen. Und da sind anscheinend Kinder mal da rein. Ja, ne? Ich würde jetzt tatsächlich auch probieren, hochzugehen. Gibt's hier oben was? Ja. Aha. Jetzt ist die Frage, wo sollen wir denn jetzt zu... Gott, ein totes Kind oder was ist das? Wo macht uns das? Oh Gott, es passiert bestimmt was. Oh nein. Fuck. Was denn? Wir haben doch erst runtergegangen. Soll ich wieder rausgehen? Ach nee, geht ja nicht. Geht ja gut. Geht ja gut. Ja. Kann man sich den angucken? Hallo. Du siehst nicht mehr so frisch aus. Nee. Gar nicht mehr frisch. Ja. Okay, hier hat alles geordnet anscheinend. Ja. Oh. Was war das? Oh, shit. Guck mal, da stehen Schilder mit Eis und sowas. Ja, ja, Arms, Kids, Head. Body hat er noch nicht. Arms und Legs auch noch nicht. Aber ein Head hat er. Kopf. Von dem. Oh Gott. Es ist passiert was, oder? Ist er weg, der Typ? Das war klar. Das war so klar. Ja, eben sah er noch tot aus, relativ. Scheiße, jetzt ärgere ich mich tatsächlich. Das ist doch runter. Ja. Nicht runter. Aber wahrscheinlich sind das zwei verschiedene Wege, die man gehen kann. Gehen kann, ja. Oh, oh. Guck mal, da durch. Da ist zwei Türen. Was ist da los? Welche Tür war immer? Oh. Oh. Scheiße, wir können nicht springen. Oh Mann, da wäre der Ausgabe. Oh. Hier? Oder da? Wir gucken ab. Das ist halt die Frage. Genau. Nee, die gehen nicht. Okay. Dann gehen wir da hin. Genau. Die Entscheidung wurde uns Gott sei Dank abgenommen. Diese Entscheidung immer, ne? Ja. Where is my son? Where is my son? Where is my son? Scheiße, das ist aber gemein. Das ist echt gemein. Aber warum Rosa, wenn es ein Sohn ist, ergibt sich jetzt die Frage. Das ist das Wichtigste jetzt an dem Spiel. Nein, war ein Scherz. Gott. Was ist hier denn los? Weitere. Oh, kommt jetzt hierher? Weiß ich's nicht. Müssen wir uns wieder stecken? Was ist halt die Frage? Äh. Nee. Wir laufen einfach offen rum. Der, nee. Den bilden wir uns nur ein... Book. Ja. Guter Titel auf jeden Fall. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum wirst du sterben? Wer sind diese Demons? Wo gehst du? Oh, you are lost. Ja, das wissen wir ja auch spätestens seit diese Gestalt da vom Stuhl aufgestellten ist. Dass wir verlost sind. Wir sind lost in der... In the hell. In the hell. Oh Gott, es geht noch tiefer. Nice. Jetzt kommt bestimmt wieder was. Ich krieg schon Gänsehaut. Ich auch, ich auch. Okay. Oh. Ja, es geht noch tiefer, Tatsache. Wir müssen ins Weiße nichts springen. Das machen wir jetzt mal. Ja. Yippie. Yippie. Sie sehen's noch irgendwas? Nein. Wie krass das aussieht einfach, ne? Ja, total, dieser Kontrast, das ist schon ziemlich gut. Äh, cool, mein ich. Gut und cool, gut. Was ist mit dir los? Was ist los mit dir? Wir sind doch immer auf Killer. Auf Killer. Oh, ist mein son. Oh, wir sind jetzt im Bett. Wir sind der Sohn. Wir suchen den Sohn. Ich schließe. Ne, jetzt werden wir nicht gekillt, oder? Also so, ähm, brutal gekillt. Ich weiß nicht, was soll der Punkt jetzt warten? Warten wahrscheinlich. Das ist der Mörderer-Punkt. Ja. Ich glaube schon, oder? Oh Gott, diese Musik, ne? Richtig hart. Rastig aus. Ich hätte richtig Angst vor. Dann können wir das einbringen, was hier drin ist. Hallo. Der sieht aber freundlich aus. Ja, die Zähne sind gut angespitzt, auf jeden Fall. Wofür Daddy wohl braucht? Bad Ending? Bad Ending? Das was? Das Bad Ending. Oh. Oh. Wir hätten gerne das Good Ending gehabt. Das ist ja was, ne? One Ending, One Ending. Oh. Jetzt könnten wir gar nicht den Easter Egg im Key benutzen, ne? Mhm. Ja, was ist das hier, wenn wir da jetzt drauf drücken? Probier's mal aus. Wieder von neu? Ah, hier wahrscheinlich. Oh ja, das machen wir auch noch, oder? Auf jeden Fall. Das ist das Good Ending wahrscheinlich dann. Oder das nicht so schlimme Ending. Ja. Vielleicht auch. Ja. Ja. Holy Macaroni. Ja. Also hier sieht schon freundlich aus. Guck mal, da ist ne Uhr, ne Blume. Was freundlich ist. Gut, gehen wir wieder in die Töderei, oder? Ja. Aber weißt du, das erinnert mich von der Aufmachung her, also von diesem Flur jetzt, an Silent Hills. Oder hier, Resident Evil. Ja, das auch. Ist nix. Hat sich jetzt wieder was geändert? Bestimmt, bestimmt. Oh my God. Oh, Blut. Wie können wir denn eigentlich unseren Kiefer verwenden? Hier vielleicht? Bei den geschlossenen Türen? Oh ja, vielleicht, ne? Ne, leider nicht. Schade, schade. Oh. Oh. Oh Gott. Was ist denn hier los? Oh. Krass. Oh. Was ist denn hier los? Party! Party! Oh, die Welt zerbricht irgendwie, oder? Error, ja, tatsächlich. Wir gehen trotzdem durch die Tür. Ja. Ja. Was ist denn hier los? Krass, ne? Ja. Schon beeindruckend, muss ich sagen. Was jetzt? Muss man weiter geradeaus gehen? Kannst du gehen? Ne. Oh. Nicht weiter. Ich kann nicht weitergehen, glaube ich. Muss man wieder zurückgehen? Ja. Ist halt die Frage. Siehst du danach aus, ne? Dunkler Schwan. Oh. Nee, auch nicht. Oh. Oh. Error, 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 error. Wow. Oh. Error, error. God. Oh, shit. Wir sind nun Versuchsopfer. Oh. What the hell? Trichter ist verschlossen. Boah, dass sich das noch so ändert, krass. Gut ab, ey. Dafür, dass das so gemacht wurde. Heftig. Ja, ultra. Cool, finde ich geil. Ja, finde ich auch richtig gut. What brains? Subject 5. Wir sind Versuchskaninchen, tatsächlich. Haben wir doch am Anfang auch schon gesagt, ne? Ja. Krass. Sollen wir da irgendwas ändern? Äh, aufmachen, meine ich? Ändern. Ist halt die Frage, ne? Ist die Frage, ja. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwas freilassen. Weiß ich auch nicht, ne? Ja. Unbedingt. Nee. Hello. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Was steht da für ein Feed? Help me, help me. Element Prototype 15. Okay. Help! 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 Wie geht's da überall lang? What the fuck? Was gibt's denn das hier? Nix. Vielleicht hier rechts da, der, der, der Knopf? Achso, ups. Aussage gefecht. Boah, das geht aber noch richtig hart weiter, ne? Oh Gott, wie tief ist das denn? Oder wollen wir da erstmal in die Tür reingehen? Welche Tür? Die wir eben geöffnet haben. Achso, ich bin überfordert. Ich auch gerade. Und diese hier? Ja. Oder in die andere da? Und hier waren wir dran. Und hier können wir wahrscheinlich keine Türen öffnen, oder? Ich will es nicht ausprobieren irgendwie. Was ist das für ein Subject? Kein Gutes wahrscheinlich. Nee, nee, komm. Nee, nee, bleib da. Du hast eine Kamera übrigens. Ja. Hier war man, ne? Ja. Also gehen wir jetzt mal hier lang. Ja. Oh, ein Kontrollzentrum. Hier geht's nichts weiter. Okay. Hier geht's nichts weiter. Hier auch nicht. Gut, okay. Dann haben wir das wenigstens abgehandelt. Ja, ich bin ja schon irgendwie erleichtert, dass die Tür nicht aufgegangen ist. Ja, ich auch. Hier müssen wir jetzt längst, ne? Ja. Das sieht schon nice aus, ne? Das sieht richtig krass aus. Was? 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 Was ist los bei ihm? Was ist los bei ihm? Oh, das hat mich jetzt maximal verwirrt gerade. Oh, eh echt. Dann waren wir ein Versuchsobjekt anscheinend. Krass. Hä, cool. Hä, cool. Haben wir jetzt noch einen Easter Egg-Schlüssel? Guck mal, hier sind alle ausgestellt. Ach, cool. Der sah gar nicht so übel aus. Der war eigentlich ganz freundlich, bis er uns niedergeschossen hat. Monster-Kid. Surprise. Surprise. Oh, der bewegt sich super. Cool. Easter Egg-Test. You may have the key. The link. Ach ja, das finde ich ja cool, ne? Congratulations. Welches Book ist es denn jetzt? Das letzte. Secret Link. Secret Fire Maps Tests. Ach so, genau, weil er hat ja geschrieben, er hat vier Horror-Maps gemacht, dieser Map-Ersteller und einer hat es geschafft, dass, ja, die war ihm würdig genug, die zu veröffentlichen und die vier anderen hat er, oder die drei anderen hat er nicht veröffentlicht. Geil. Was? Das feiere ich jetzt gerade, ne? Das finde ich ja richtig geil. Ist das nicht hier Thomas, die Lokomotive? Ja. Oh. Oh nein, ich wollte die Musik. Ja gut. So sieht die Map von oben aus. Ja. Ja, wir hoffen, euch hat es dir genauso gut gefallen wie uns auch. Also Hut ab dafür, das war schon richtig gut gemacht, auch mit den zwei Enden und so. Auf jeden Fall, ja. War ziemlich unterhaltsam und man war auch teilweise sehr angespannt. Ja. Also Spannung war da auf jeden Fall. Schneller zu Ende, als ich dachte tatsächlich. Ja. Ich sage jetzt echt, wir hängen hier so eine Stunde dran ungefähr. Aber es war auch ein guter Leitfaden, nicht, dass man jetzt gedacht hat, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ja, hin mal. Es war alles schön. Klar strukturiert. Ja, genau. Kurz und knackig. Ja. Das ist eigentlich perfekt. Ja. Also vielen Dank für diese schöne Map. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Genau, das außerdem ist noch viel wichtiger. Ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bleibt schön glänzen. Ciao. Tschüss. Und schöne Träume. Ja. Potato Man is coming. Potato Man. Potato Man. How are you? Warum? Herz Wie Ma Invest